Reischst du mir mal das Salz? Baron? Oh, wie perfekt. Die ganze königliche Familie gemeinsam bei einem wunderbaren Abendessen. Oh, ist das Hühnchen. Also ich bevorzuge meins. Auf dem Grill geröstet. Du? Du bist Dark Sparkle? Ich krieg das hin. Nein, ich krieg das hin. Windermere gehört rechtmäßig mir. Und alle, die sich mir widersetzen, sollen untergehen. Wir müssen es zum Turm schaffen. Lauft weiter. Ich kümmere mich um den Baron. Oh! 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 Verzeihung, darf ich um diesen Tanzbild? Oh! Was dagegen, wenn ich abklatsche? Mädchen, komm schnell! Knapp daneben, meine Liebe. Vielleicht solltest du für mich arbeiten. Warum sollte ich dem Verlierer-Team beitreten? Ah! Huh! Schnell! Kara! Ah! Hat das wehgetan, denn ich hab noch ne Menge mehr an Platz. Ah! Ah! Das hast du gut gemacht, mein super Amphibienfreund. Komm! Hier drinnen sind wir sicher. Dieser Turm wurde gebaut, um jedem Angriff standzuhalten. Schnell rein, Mädchen, schnell! Cara, du auch. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann nicht hierbleiben und nichts tun. Nicht, wenn ich die Macht habe, es zu beenden. Cara! Bitte, vertrau mir. Ich schaffe das. Liebling, ihr wird nichts passieren. Viel Glück!